Einer ist schon mal da. Der steht da einfach weiter rum. So, die Impact Facts sind da. Jetzt gehen wir zurück. Kill ihn doch. Ich baite so hart. Ey, ist das lächerlich. Der stand... Bro, der hatte plötzlich einfach Platscher-Range. Was ist denn da los gewesen? Blasphemie. Ist das der Typ von gerade eben? Nicht genügend Speicher. Dafür ist nicht genügend Speicher. Egal, ich nehme auf. Der ist drüber gesprungen. Ich raste aus. Jagt er mich? Hat er Bock auf mich? Das ist lächerlich. Ey, wenn der kein Damage gerade gehabt hätte. Kein Invincibility gerade gehabt hätte. Wie auf das Ding doch? Was stehst du da rum? Ich drücke den Knopf. Die chillen da hinten einfach. Die haben richtig Bock. Das wird gerade ein richtig schöner Hinterhalt. Nummer 1. Nummer 2. Der ist auch sehr gut. Und jetzt machen wir den Spawn zu. Na, schade. Lita braucht mehr Range, Freunde. Nice. Ja, war noch ein bisschen anstrengend zum Schluss. Ja, unwahrscheinlich. Unsere zwei Mates chillen da einfach irgendwo beim Gegner unten. Und geben sich da irgendwelche Buff Fights, während die Zone runter tickt. Finde ich geil. Nice. Nice. Der geht für hoch. Nice. Yo, hey, Fluna Funpark. Das ist meine Lieblingsmap. Nice. Scheiße. Ich habe gleich Ult. Für Stall. Nein. Nein. Ja. Julia, bitte. Boah. ich habe fucking botz im team schön dass du dich da vorgestellt dass julia den da will nämlich gern cool sagen aber das war so da habe ich ihm so die füße weg gelasert da habe ich ihm so die füße weg gelasert dann machen wir es halt so gehe halt für den fürs movie hier das kann mit sich vielen freunde endlich der ein prozent schlechter gespielt hätten wir verloren ich wollte gleich für retake aber ich habe doch alles ich muss den typ zweimal der kann nichts na ja leute gesteht am tower und könnt ihr vielleicht noch tusten bitte alter war der stick digger das ist das geht so und wie das ist so und wie wenn ich eine gehirnzelle mehr gehabt hätte hätte ich den geholt darf nicht drauf gehen ich probiere was das war sehr risky das hätte ich eigentlich nicht machen dürfen ich habe keinen engel diese quetscher sind illegal ja vor allem so wie der geklickt hat er hat lockern turbo button auf seinem scheiß geschaut hat ich warte mal erstmal bis ein paar leute da sind wäre problem was zur hölle ging da gerade ab der ist gerade drei kilometer in die luft gesprungen das ist so lächerlich was zum fickt die springen 50 meter in die luft gabbel gabbel mein plan mit zehn offline gehen hat gut funktioniert hat gut hingehauen